Gegründet im Jahr 2001 ist die Firma Dias ein mittelständisches Unternehmen, das sich in der industrietechnischen und kundenspezifischen Dienstleistung spezialisiert hat. Dias ist heute ein europäischer Marktführer in der Installation, Modifikation und Wartung von Industrieanlagen. Als Partner von Industrieunternehmen in den Branchen Lebensmittel, Abfüllung, Automobil- und Sondermaschinenbau bietet Dias spezifisches Know-how dank einer flexiblen Organisation und unterstützt durch eine internationale Reaktionsfähigkeit. Und mit unseren Mobilkränen samt Fahrern bieten wir eine weitere Dienstleistung rund um den Transport und die exakte Positionierung schwerer Anlagen an. Dias Engineering, Electrics, Mechanics Untertitelung des ZDF, 2020